Musik Wey! Hallo und herzlich willkommen zum 2 Minuten Horst in dieser Woche. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, das Verb macht's. Du wirst lernen, wie du besser Leute lesen kannst in Gesprächen. Deswegen, bleib dran, in 2 Minuten weißt du mehr. Aber keine Sorge, Hilfe ist im Anmarsch. Gestatten, Horst. Und sein Leben bestreitet er mit seinem Charme. Als Flirt kommt. Ja, was meine ich damit, wenn ich sage, das Verb macht's? Achte mal darauf, was Menschen für Verben benutzen, wenn sie etwas in der Zukunft planen mit dir. Häufig sagen Leute, ja, da müssen wir dann mal zu quatschen. Das sind meist Laberköppe, die einfach nur das Verb quatschen benutzen, weil sie sehr gern quatschen. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, da müssen wir uns mal zu zusammensetzen. Das sind auch Leute, die wollen einfach sich nur hinsetzen mit dir, haben aber gar nicht die Planung, da was zu machen. Wenn du aber jemanden hast, der direkt in Umsetzungen spricht, dann kannst du davon ausgehen, dass das Ganze wirklich was wird. Beziehen wir das Ganze mal aufs Thema Dating, also raus aus der Businesswelt hin zu, du hast zum Beispiel ein Mädel, von der du dich verabschiedest, nachdem du Nummern getauscht hast und sie sagt so, ja, wir können ja mal schreiben. Und weißt du, wie ihre Erwartungshaltung ist, erst mal nur zu schreiben. Wenn du selbst es schaffst, stärkere Verben zu nutzen als das Wort machen, sondern es schaffst, es konkreter zu machen und durch dein Verb zu konkretisieren, was du denn mit ihr planst, dann bist du direkt schon mal einen ganzen Schritt weiter bei deinem Datingprozess. Also du kannst zum Beispiel auch sagen, du hast eine Nummer geholt und sagst dann so, ja, dann lass uns doch einfach telefonieren und ausmachen, wann wir uns das nächste Mal treffen. Dadurch machst du es schon gleich viel konkreter. Oder natürlich, du tauscht gerade Nummern und nachdem du ihre Handynummer eingespeichert hast, schlägst du direkt vor, was ihr denn machen konntet und versuchst direkt einen Termin zu finden bei ihr, wo sie Zeit hat, um sich mit dir zu treffen. Also, ich hoffe, du bist ein bisschen sensibler dafür geworden und hörst besser zu, welche Verben die Menschen nutzen, wenn sie etwas mit dir planen oder sich mit dir verabreden wollen und kannst dadurch besser herausfinden, was eigentlich die Intention ist der Menschen und achte selbst in deiner eigenen Sprache natürlich auch darauf, welche Verben du nutzt und ob du es schaffst, durchs Verb deine Dates zu konkretisieren oder nicht. Ganz viel Erfolg dabei. Wenn dir das Format gefällt, dann abonniere den 2 Minuten Horst und gib dem Video einen Daumen nach oben. Hier findest du alle Folgen vom 2 Minuten Horst. Deswegen hier klicken und schau dir mal die restlichen Staffeln an. Bis dann. Ciao, dein Horst Wenzel.